So, jetzt meine Damen und Herren, kommt ein Mann zu uns, der hier immer für sehr viel Erstaunen sorgt mit seinen Psycho-Mentalen Tricks. Bitte begrüßen Sie Farid. Herzlich Willkommen. Farid, ich weiß tatsächlich deinen Nachnamen nicht. Hast du den jemals publiziert? Niemals. Aber Klatschmarschberumpumpump ist nicht, ne? Gewähl mir, also sollte ich, zum Magier passt es. Oder Farid Urlaub. Oder so, oder Farid Bang. Liebe Grüße, Killer. Ah, okay, ja. Du willst ja auch gar nicht sagen, wahrscheinlich. Nein. Nein, geheim. Otto sagt immer, ja meine Eltern waren so arme, Nachnamen konnten wir uns nicht leisten. Ah, okay. Aber... So, du hast uns wieder was mitgebracht. Ja. Von deinen fantastischen Tricks. Was willst du, wie willst du uns heute betuppen? Wir leihen uns was aus. Wir zeigen ein bisschen Street Magic. Kommst du mit? Street Magic? Ja. Soll ich mitkommen? Street Magic im Studio. Magie immer über Eis. In euren Augen, in euren Händen. Wer hat Kleingeld für mich? Was muss ich machen? Kleingeld. Wer hat Münzen? Kleingeld? Nein. Ja, ich sag mal, wer hat Scheine? Ein bisschen weiter oben. Andi, du brauchst Münzen wahrscheinlich. So ein Trick, der funktioniert nur mit Münzen. Genau. Kleingeld? Wer hat Münzen? Münzen. Sehr gut. Was hast du da? 50 Cent, 2 Euro. 2 Euro. 50? Ja. Was hast du? Sehen wir uns wohl? Such mal aus. Ja, hier mit der 7 Euro Münze. Ja? Ja. Nicht so das Spiel da ist. Okay, gehen wir an. 2 Euro du heißt? Michael. Hast du einen Stift dabei zufällig? Einen Stift? Nein. Du hast einen dabei. Ah. Ja. Sag mal ne Zahl. Egal. 93.742. Wenn du diese Zahl... Kriegst du die da drauf überhaupt? Leider nicht. Ist das zu groß? Du meinst eine einzelne Zahl? Mhm. Der Trick funktioniert nur an einer ganz bestimmten Stelle. Wir sollen was nach hier gehen. Genau. Darüber. Hier ist perfekt. Der Trick funktioniert nur hier. Eine Falttür. Also eine einstellige, eine Ziffer. Genau. Also 1, 2, 3, 4-stellig. Irgendwas, was hier drauf passt. Ach so. Irgendwas, was da drauf passt. Sollte nämlich 4.333. 4.333. Perfekt. Kann ich sehen? Ja. 4.333, ja. Und schaffst du dich mit in der Hand aufzuhalten? Welche ist egal? Ganz egal, genau. So. Und wir konzentrieren uns drauf. Ja, wir konzentrieren uns. Hast du schon mal gesehen, wie jemand Löffel biegt? Ja, Uri Geller hat hier einen Löffel gebogen. Ich hab den sogar noch. Genau. Also Löffel biegen geht mit ein bisschen Ablenkung und Muskelkraft. Bei Münzen wird das Ganze ein bisschen schwieriger. Darf ich gucken? Aber wir konzentrieren uns drauf. Ich bitte dich. Und wir stellen uns vor, dass sich die Münze ganz langsam nach oben verbiegt in deine Hand. Ja. So, und jetzt? Nee. Nee. Guck an. Schuck mal. Und da steht auch noch die Zahl drauf. Da steht die Zahl drauf. Da denk ich mal drüber nach. In der Werbung. Und gleich sind wir wieder zurück. Dann sag ich Ihnen, wie es geht. Bleiben Sie dran. Und Farid hat eben, ich versuche nochmal die Dinge zu rekonstruieren. Farid hat eben von einem Zuschauer eine 2-Euro-Münze entgegengenommen. Den du ausgewählt hast. Genau. Den ich ausgewählt habe. Das ist wirklich so, dass ich konnte nicht wissen, dass er, er konnte auch nicht wissen, dass er, also das ist, da würde ich sagen, auf der Seite sind wir sicher. Ähm. Dann hast du auf diese Münze eine Zahl draufgeschrieben, die ich die genannt habe, nämlich 4333. Und dann hast du, nur durch Halten dieses Stückes, dieses Stück verbogen. So sah es zumindest aus. Da heißt natürlich, da du weder die Kraft aufgewendet hast, noch ich der Meinung bin, dass du tatsächlich mit Gedanken dieses Stück biegen kannst. Tja. Und mir jetzt auch klar wird, warum dieser Trick mit Geldscheinen nicht funktioniert hätte. Ähm. Frage ich mich jetzt. Kann ja nur, kann ja nur so sein, dass das Stück schon vorher verbogen war. Tja. Deswegen steht die Nummer drauf. Deswegen steht, ja genau. Meine Theorie ist, würde ich jetzt mal als Dovi so sagen, ne. Du kriegst das Geld von ihm, bevor du die Zahl draufschreibst, ist es einfach schon weg, ist schon ausgetauscht und irgendwo anders ist die andere Münze geblieben. Und dann tust du so, bitte. Und dann tust du so. Schaust dir nochmal in Zeitloop an. Aber ich geb dir noch ne Chance. Ich zeig was anderes. Okay. Zum Kennenlernen hab ich diese Namensschilder mit dabei. Und dein Name ist auch dabei, Stefan. Ja. Was meinst du, wo steht dein Name drauf? Ähm. Man könnte jetzt denken, der ist bestimmt da drauf, weil die am weitesten rausguckt, weil die einen da verleitet das zu sagen. Äh. Ich sag jetzt mal hier. Da. Da. Die. Ja. Schau mal nach, ob dein Name draufsteht. So gut bin ich nicht. Kein Name. Kein Name hier. Aber schreib mir bitte ganz kurz deinen Namen drauf. Meinen Namen. Oder mal den Frog of Wall Street. So. Sehr gut. Noch irgendwas dazu? Ich hab meinen Namen draufgeschrieben. Ja. Noch irgendwas dazu? Bist du sicher, bist du? Ja genau. So. Tiki-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti. Ja. Ein Bärchen, zum Beispiel. Mit ganz vielen Muskeln. So. Ne. Gucken Sie. Das hab ich gemacht. So. Und jetzt bist du? Jetzt bin ich dran. Ich zeig dir etwas sehr, sehr spannendes mit deinem Namensschild. Ja. Wichtiges, dass die Tinte trocken ist. Jedes Mal, wenn ich dein Namensschild nehme und versuch, dein Namensschild in die Mitte zu stecken. Ja. Und schnipp mit dem Finger, springt es zurück nach oben. Soll ich das nochmal zeigen? Da ist mein namensschild okay noch mal ja pass auf wir nehmen dein namensschild wirklich deinen namensschild ganz nach unten ich Fass es nicht mehr an ich zeige dir dass es sich nicht oben befindet okay das war nicht mehr an und auch Und schon springt es wieder nach oben Soll ich euch verraten wie ich das gemacht habe ja muss aber unter uns bleiben Stefan und ich wir kennen uns wir haben das ganze abgesprochen um euch heute hier zu täuschen und die zuschauer zu hause hat er nämlich Völlig identisch für mich auf jeder einzelnen karte unterschrieben und dieselbe zeichnung gemacht ohne stefan wäre das nicht möglich gewesen außer Auf einer einzigen karte hier meine innen tasche Da hat er nicht noch da Überall steht sein nein ich mach spaß das stimmt natürlich nicht alle anderen karten sind leer Nur die eine nicht fühlst du mal bitte ob die tinte drauf ist viele sagen ist das eine folie oder ein aufklima Ja ja das stimmt aber nicht weil wenn ich drüber streiche sieht das ganze ein bisschen anders aus wenn ich drüber streiche dann verschwindet die tinte Ja Was denn? Hab ich auch gerade gedacht Das ist wirklich gut, ne? Die tinte Die tinte wird unsichtbar. Halt mal bitte deine hand auf. Welche? Die, genau Ich leg dir die tinte auf deine hand nicht feilen lassen die karte ist leer von beiden seiten ich tippe einmal, zweimal, dreimal drauf Ja Und schon kommt die tinte zurück Ja ist klar Jetzt, ja Das ist aber bestimmt immer die gleiche karte aber nur wie sie da hinkommt ist die frage, oder? Wir beide probieren, dankeschön, wir beide probieren es jetzt gemeinsam, wir nehmen dein namensschild und ich sag jetzt schon, es springt hier nach oben Ja ok Hier gleich hoch, ich steck's jetzt gleich da rein und es springt hier nach oben Ja ok Schieb selbst rein mit dem finger Ja, ja Ja, ja Oh Das ist nicht, ne? Ich muss ja aber immer die gleiche karte bleiben Und manchmal sind es ja so billige tricks hinter die man noch dreimal nachdenken kommt, aber das fällt mir jetzt sehr schwer Einmal noch, einmal noch, schau, ich komm auch ins spiel, ich schreib mal, ähm, kreativerweise Ja Illusionisten Was? Illusionist Farid Ja Twitter, Instagram, Facebook, da findet ihr mich Ok Ich muss es nutzen Ja Und das ganze Video hierzu auch Also, ähm, pass auf, gut aufgefasst Wichtig ist, dass die Tinte trocken ist Wenn das sich jetzt zuhause einer in slo-mo nochmal anguckt, ne? Checkt ihr das dann? Ne, dann würdest du es ja wahrscheinlich nicht hier machen, oder? Ja, aber die Zuschauer sollen sich an uns erinnern, die sollen Spaß haben, Alltagsprobleme vergessen, zum Kind werden Macht, was ihr wollt Ok, ähm, wichtig ist, dass nichts auf der Rückseite steht und dass die Tinte wirklich trocken ist Wir nehmen jetzt auch, ähm, mein Namensschild zu Stefans Und jetzt bitte gut aufgepasst Stefan kommt in die eine Hand, Farid, Illusionist Farid bleibt in der anderen Hand Und wenn ich hier dran reibe, dann dauert es nicht lange, bis Illusionist Farid hier verschwindet Und direkt rüber springt auf die andere Karte Und das ist wirklich nur eine einzige Karte Und das ist wirklich nur eine einzige Karte, die du dir anschauen kannst Du hast das Geld von ihm kaputt gemacht und das war's Wir geben ihm das gleich zurück, kleiner Tipp, Ebay Und dann... Ok Ja, man kann deine Shows sehen, du bist unterwegs, was für eine Art von Shows sind das denn? Ähm, zwei ganz neue Shows, Magic am Platt, hatte die Premiere jetzt am Montag im Kölner 51 Und die Magic Dinner Show, da geht es darum, Magie wirklich vor euren Augen zu präsentieren Also wenn's Restaurants oder Bar gibt's, meldet euch bei mir, farid.tv Ähm, auf Tour bald Ja Kann ich das Kartenspiel behalten? Natürlich Ja? Sehr gut Wo kriegt man so ein Kartenspiel? Es ist einfach ein unbedrucktes Kartenspiel, also wie so eine Pappe Das gibt's, oder was? Joa, kann man schon im Künstlerbedarf bekommen Ach, guck mal Wer's braucht's? So Ähm Ja, deine Shows, alles was man über dich wissen muss, findet man unter farid.tv Verblüffend, sehr gut Danke schön Morgen bei uns zu Gast, Jenke Wilmsdorf, der bei RTL dieses Kiff Experiment gemacht hat Und von Wilmsdorf höre ich gerade, oh der feine Herr So, ähm, und äh, das sind so zwei Mädchen, ähm, bekannt geworden durch YouTube, die geben Schminktipps Viele kennen sie nicht, aber da ich ja so ein Freak bin, guck ich ja jeden Tag Dagi und Bibi, bevor ich, äh, bevor ich mich fertig mache Und äh, die beiden sind morgen hier, jetzt kommt Two Broke Girls, das war's für heute, vielen Dank Farid Farid, Entschuldigung Farid Farid